Hallo, wir gucken jetzt mal zu, wie der Penis in dem Mixer geschreddert wird. Es geht gleich los, es wird eine Weile dauern, also lehn dich schon mal zurück und entspann dich. So, jetzt dreht sich's schon, ne? Der Penis, wie man sehr schön erkennen kann, nähert sich der Penis langsam den Schneidwerkzeugen. Das ist nämlich physikalisch durch den Unterdruck zu erklären, den die Klingen in ihrer Bewegung erzeugen. Und weil der Pimmel so ein bisschen schmierig ist, ne? Also, guck noch ein bisschen zu, es wird spannend und lehn zum Träumen ein. Et voilà, der Penis ist kaputt. Ein unvorstellbarer Akt der Gewalt. Tschüssi, Tschüssi Penis. Bis zum nächsten Mal.